Leute, heute kommen wir zu einem ganz kurzen Video, weil ich heute ganz kurz euch sagen, ich mache diesen Freitag, also eher gesagt nächsten Freitag, ich glaube das ist am 8. Januar, glaube ich, bin mir jetzt nicht ganz sicher, welcher es ist, ich glaube das ist am 8. Januar, da mache ich einen Livestream über Smartphone Tycoon, ja und vielleicht kommt in den nächsten Tagen ein kleines Video über eine App, weil ich werde, ich mache derzeit eine kleine Technik-TV-App nochmal, ja ich schaue, schaue einfach mal wie es dann ist. Also für mal, ja, für mal am Freitag, nächste Woche, heute Sonntag glaube ich, oder warte, ja heute Sonntag, nächsten Freitag, das ist dann der, glaube ich schon der 8., da mache ich für mal einen Livestream, vielleicht so eine halbe, dreiviertel Stunde, vielleicht, ich weiß nicht ganz genau wie lang, das werdet ihr ja dann sehen. Also für mal, ja, würde ich sagen, bis, bis, bis zum Livestream oder bis zum nächsten Video, also ciao.